Du bist also Hirtenberger Automotive Safety, mein neuer Arbeitgeber. Schon ziemlich groß, verdammt groß eigentlich, dachte ich an meinem ersten Arbeitstag, als ich auf den Security-Check beim Empfang zuging. Ich erinnere mich noch daran, wie nervös ich war und wie schnell die Anspannung weg war, als mich mein Fellow, der mich in den ersten drei Monaten im Unternehmen begleitete, direkt herzlich empfangen hat. Der Unternehmensrundgang hat mir dabei geholfen, die verschiedenen Abteilungen und Programme kennenzulernen und mit den vielen neuen Kollegen Kontakt aufzunehmen. Durch die Basisschulungen bekommt man ein Gefühl, die neuen Begriffe und Abläufe schneller verinnerlichen zu können. Schon in der ersten Woche war ich bei Meetings und Projektbesprechungen dabei und konnte meine Ideen einbringen. Mir gefällt bei der Hirtenberger Automotive Safety, dass ich Projekte von der Entwicklung bis zur fertigen Produktion mitgestalten kann. Wir haben mit internationalen Kunden zu tun und ganz ehrlich, mir gibt es ein gutes Gefühl, an innovativen Produkten für namhafte Autohersteller mitzuwirken, um damit weltweit die Fahrsicherheit zu erhöhen. Ja, die Produkte sind spannend. Pyro und Hightech sind genau meins. Bei Hirtenberger Automotive Safety bin ich aber nicht nur eine Planstelle in der Personalabteilung. Es ist halt doch noch ein Familienunternehmen. Ein gutes Miteinander ist gelebtes Arbeitsklima. Das merkt man im Alltag, bei Firmenfeiern oder auch an den vielen Angeboten wie der Gesundheitsförderung oder Ermäßigungen für Sportaktivitäten. Weiterentwicklung ist hier ein wichtiges Thema. Fachlich sowieso, aber durch Angebote wie Kommunikationstrainings oder Selbstorganisation hole ich für mich persönlich auch noch etwas raus und kann mich auf entsprechende Unterstützung verlassen. So, obwohl mir der Job bei Hirtenberger Automotive Safety Spaß macht, meine Freizeit ist mir auch wichtig und ein guter Ausgleich zum Arbeitsalltag. Schön, dass ich hier mit flexiblen Arbeitszeiten mein Privatleben gestalten und genießen kann. Unsere Jobs sind übrigens nicht nur für Männer. Werde auch du Teil unseres Teams und bewirb dich jetzt!